Altweibersommer, blauer Himmel. Also Leute, geht raus und genießt dieses schöne Wetter. An die Arbeit! Im Herbst 1991 Auf dem Meer sein ist ihr Ding, was? Meint es bloß ein guter Tag. Ich darf das tun, wozu ich bestimmt bin. Entstand über dem Atlantischen Ozean ein mächtiger Sturm. Wir fahren wieder raus. Was? Ich fahre Richtung Osten, zum Flämisch-Captain. Das ist kaum noch auf den Karten drauf. Er sollte zu einer Naturgewalt werden. Um Gottes willen fahren nicht raus. Nur noch einmal, versprochen. So stark, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte. Ich hab was Komisches auf dem Radar. Wo steckst du? Wir halten drauf. Hey, ihr fahrt direkt in dieses Ding rein. Eine Gewalt, wie sie die Natur noch nie entfesselt hatte. Wir haben hier eine Meldung. So was hab ich noch nie gehabt. Wir sind eine 10 Meter Segeljagd. Unsere Position ist 3949 Nord. Eine Katastrophe, wie es sie noch nie gegeben hatte. Die Küsten werden evakuiert. Man befürchtet Schäden in dreistelliger Millionenhöhe. Es wird echt schlimm. Es liegt genau vor uns. Eine Macht, wie sie die Menschheit noch nie erlebt hatte. Man redet bereits vom stärksten Sturm aller Zeiten. Mein Freund ist da draußen und restiert sein Leben. So sind die Regeln. Ich hasse die Regeln! Wir müssen ganz schnell in den Haufen. Es kommt direkt auf uns zu! Wir müssen drehen! Es halten! Nee, 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 nee! Wir erst aus Rescue 3-1. Nee, nee! Wir holen euch raus! Verdammt, wir lassen keinen zurück! Wir sind am Leben! Ja! Wenn die nicht zu uns können, müssen wir zu ihnen. Das schaffen wir, Leute. Wir kommen nach Hause. Wir kommen nach Hause.